Hallo Leute, heute geht's zur Venus und wir werden mal eine Umfrage machen. Was macht Kampfsportler besonders attraktiv? Mal sehen. Hallo, die heutige Frage lautet, würdest du es gut finden, wenn dein Freund Kampfsport macht? Ähm, ich hätte nichts dagegen. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll, weil prinzipiell, ich habe selber mal drei Jahre Karate gemacht, damals, als ich damals, länger her. 13 Jahre dann? Ne, drei Jahre. Ach, drei Jahre. Drei Jahre. Wollte doch sagen, so ein bisschen. Aber so, selbstverteidigungsmäßig okay, aber ich glaube, mein Freund, der hat da manchmal so ein bisschen... Ich glaube, der würde das selber nicht machen wollen. Ah, okay. Hat er es dann gut gefunden, als du Karate gemacht hast? Ey, das weiß der gar nicht. Das ist so lange. Das habe ich dem noch gar nicht erzählt. Aber würde dein Freund das gut finden, wenn du jetzt Karate machen würdest? Ich glaube, ja. Da habe ich wieder wahnsinnigen Bock drauf. Ich glaube, ja. Ja. Warum? Weil der das stark finden würde. Wenn man das als Frau macht, ist das immer noch ein anderes Bild, als wenn man es als Mann macht, glaube ich. Weil bei vielen ist ja so dieses Aggressivitätsthema dann da wahrscheinlich. Und als Frau hast du ja immer diese Selbstverteidigungs... Äh, ne? Und was würde dich jetzt dazu bringen, wieder anzufangen? Gar nichts. Gar nichts? Warum nicht? Aber du bist doch fit. Ich habe keine Zeit oder Lust auf Sport, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn jetzt dein Freund sagen würde, Mensch, ich hätte wahnsinnige Lust auf Kampfsport, was würdest du ihm raten? Was sollte er machen? Dann würde ich sagen, such dir einen vernünftigen Verein, in dem es keine Idioten gibt, der dir Spaß macht. Wenn es dir um den Sport geht, dann mach es. Ah ja. Also du wärst da ganz offen. Ja. Das ist jetzt kein Lieblingssport? Ne, er kann machen, was er will. Super. Das wäre meine Meinung. Okay, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank.